Und die Frage lautet, inwiefern ist Bewegung wichtig für die Gesundheit? Hermann, was denkst du? Ja, ich denke, Bewegung ist sehr wichtig, weil das ist gut für ein gesundes Leben und auch für die Knochen und Muskeln. Und Juan, was denkst du? Ja, wenn man sich nicht bewegt, kann man nur gewichtig werden. Was denkst du, Rainer? Bewegung ist in unserem Leben sehr wichtig, um ein gesundes Leben zu führen. Und Sport hilft, Tag für Tag Stress abzubauen, im Team zu arbeiten und vor allem neue Leute kennenzulernen. Ja, gut.